Ich habe die besten Anime-News für dich zusammengefasst, also bleib dran und mach das Plus weg. Zweite Staffel von Demon Slayer erscheint am 1. Februar auf Netflix. Die Staffel beinhaltet auch mein Lieblings-Haschira, also guckt es euch unbedingt an. Ob der Entertainment-District-Arc auch veröffentlicht wird, steht noch in den Sternen, aber es könnte sein. Da sind wir mal gespannt. Dragon Ball Daima hat einen neuen Teaser bekommen. Und ich muss sagen, ich fand den Teaser sehr gut. Am Ende vom Teaser hat man auch gesehen, dass Dragon Ball Daima im Herbst 2024 erscheinen soll. In der Geschichte, die übrigens von Toriyama höchstpersönlich geschrieben wurde, geht es darum, dass Goku und die anderen wieder zu Kinder werden und irgendeinen Feind bekämpfen müssen. Wer der Villain ist, weiß man aber noch gar nicht. Der Anime My Hero Academia feiert sein Comeback mit der 7. Staffel am 4. Mai 2024. Am 6. April erscheinen nochmal vier Recap-Folgen, da die 6. Staffel ja schon ein Weilchen her ist. Außerdem erhält My Hero Academia am 2. August einen Film. Der Film wird unter dem Titel My Hero Academia The Movie You're Next erscheinen. Allgemein habe ich einfach Bock, dass My Hero Academia weitergeht. Noch ein Anime, der sein Comeback feiert, auf den ich sehnsüchtlich warte, ist Demon Slayer. Am 27. Februar erscheint ein Compilation-Film, den man sich im Kino anschauen kann. Er wird das Ende vom Swordsmith Village Arc beinhalten und die erste Folge des Hashira Trainings Arc. Wer aber nicht ins Kino möchte, muss sich bis April gedulden. Im April soll nämlich die Anime-Serie losgehen. Aber ein genaues Release-Date haben wir leider noch nicht. Und damit du in Zukunft keine Anime-News mehr verpasst, drück gerne das Plus. Außerdem würdest du mich damit sehr glücklich machen. In dem Sinne, bleib stabil mein Freund und bis zum nächsten Mal.